Der Rumba-Grundschritt ist ein Muss für eure Rumba-Karriere. Er ist die Grundlage für alle weiteren Figuren und Figurenkombinationen. Und in diesem Video zeigen wir euch, wie ihr ihn richtig gut beherrschen könnt. Der Rumba-Grundschritt besteht aus einem langen Schritt, in dem Fall ein Seitwärtschritt und aus zwei schnellen Schritten, die Wiege. Wiege. Dann haben wir wieder einen langen Schritt und auch hier wieder die schnellen Wiege. Das heißt, wir haben immer ein Seit, eine Wiege und ein Seit, eine Wiege. Dabei ist wichtig, dass der Leader mit dem rechten Fuß startet und der Follower mit dem linken Fuß. Das heißt, wir beginnen zu dieser Seite. Damit der Follower das auch mitbekommt, tanzen wir keinen kleinen Schritt, sondern einen schönen großen Schritt, damit er weiß, jetzt geht's los. Und dann sind wir in einem Grundschritt und können weiter tanzen. Wenn man mal zählt, haben wir lang, ein schnell, schnell, lang, ein schnell, schnell, lang. Das ist der Rumba-Grundschritt und damit wünschen wir euch viel Spaß. Na, hat euch dieser Figuren-Snack gefallen? Wenn es noch weitere Rumba-Figuren gibt, die euch interessieren, dann schreibt es doch mal in die Kommentare und abonniert unseren Kanal. So bekommt ihr immer mit, wenn es von uns ein neues Tanzvideo gibt. Vielleicht haben wir eure Wunschfigur sogar schon abgedreht. Schaut doch mal auf unserer Seite dancebydie.de vorbei. Dort findet ihr unzählige Figuren-Videos für alle wichtigen Tänze und sogar komplette Kurse, mit denen ihr Schritt für Schritt zu Hause tanzen lernen könnt. Bis zum nächsten Mal.